Jo Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Marvel's Spider-Man 2 Video hier auf Mad Mask Gaming. Heute schauen wir uns alle 39 Anzüge plus Anzug-Varianten von Peter an. Und wir werden das Ganze ranken, bedeutet also vom schlechtesten bis zum besten Anzug. Doch vorab, bevor wir loslegen, das Ganze ist natürlich nur meine persönliche Meinung und wie ich das Ganze empfinde. Lass uns doch gerne über die Kommentare wissen, was deine Top 5 der Anzüge sind. Und damit würde ich sagen, legen wir auch direkt los. Auf Platz Nummer 39 und damit das Schlusslicht in unserem Ranking finden wir den aufgerüsteten Anzug, sprich den Upgraded Suit. Den wiederum kennen wir direkt aus dem letzten Showdown mit Mysterio aus Spider-Man Far From Home. Natürlich, der ein oder andere mag den Film natürlich auch und mag vielleicht auch den Anzug. Für mich persönlich muss ich sagen, ist es ein Anzug, der sich nicht wirklich von dem Rest von den Basisanzügen, die wir bereits kennen, unterscheidet. Und deshalb ist er hier auch wirklich nur auf dem letzten Platz gelandet. Einen Platz davor finden wir dann auch den aufgerüsteten klassischen Anzug, sprich den Upgraded Classic Suit. Und das ist ja der Anzug, der sozusagen auch im MCU Einzug gefunden hat, den wir auch bereits aus den MCU Filmen mit Spider-Man kennen. Ich finde ihn an sich nicht schlecht, aber wie gesagt, es ist halt einfach nur ein Basisanzug und da muss ich sagen, finde ich tatsächlich die aufgerüsteten Anzüge bzw. die Upgraded Suits hier aus dem Game wesentlich interessanter mit diesen Weißakzenten und so weiter. Und deshalb an der Stelle ist auch hier der Upgraded Suit nur auf den hinteren Plätzen zu finden. Außerdem muss man auch dazu sagen, dass die beiden jetzt erwähnten Anzüge erst mit Level 35 und 41 freizuschalten sind. Und zu diesem Zeitpunkt hat man doch die Möglichkeit bereits viele andere interessante Anzüge zu nutzen und das wird man wahrscheinlich dann auch in der Regel tun. Auf Platz 37 finden wir dann auch den neuen rot-blauen Anzug und da muss ich sagen, der kommt doch der eigentlichen Comic-Vorlage natürlich schon relativ nah. Ist hier auch wieder eine Filmvorlage aus No Way Home, aber ich muss sagen, hier haben wir halt den Einfluss gesehen, dass Peter hier nicht mehr die Möglichkeit hat, auf Stark-Technologie zurückzugreifen und deshalb dieser Anzug auch eher an die Comic-Vorlage herankommt. Auch den schalten wir erst mit Stufe 58, sprich Level 58 frei und das ist relativ spät und zu diesem Zeitpunkt weiß ich auch gar nicht, ob man da natürlich auch alle Ressourcen noch hat, beziehungsweise wirklich das Game so weit gespielt hat, dass man dann auch diesen Anzug noch freischaltet und da es auch relativ im Late-Game natürlich dann passieren würde, heißt das auch, ist die Frage an der Stelle, ob man dann den Anzug auch wirklich noch wahnsinnig viel nutzt. Und deshalb finde ich zum Beispiel auch den selbstgemachten Anzug, sprich den Homemade-Suit, wesentlich interessanter, denn der ist ja direkt die Vorlage aus Marvel's Captain America Civil War. Dort haben wir diesen Anzug ja bereits auch sehen können und ich finde, der macht einfach ja nochmal irgendwie was her. Er ist natürlich irgendwo ein bisschen trashig, aber trotzdem, mir gefällt einfach auch diese Maske mit den Augen, mit dieser Brille und ich finde einfach, das ist was Individuelleres als das, was wir bisher jetzt hier schon in der Liste gesehen haben und man muss auch dazu sagen, man kann diesen bereits mit der Stufe 23 erhalten. Auf Platz 35 kommt dann direkt auch schon der Tarnanzug, sprich der Stealth-Suit und man könnte an der Stelle natürlich meinen, dass ich irgendwie was gegen die Spider-Man-Reihe rund um Tom Holland hätte. Das habe ich absolut nicht, die Filme sind absolut großes Popcorn-Kino, aber ich muss sagen, auch dieser Anzug ist halt nicht wahnsinnig interessant. Gerade auch der Punkt, dass wir im Verlauf vom Spiel nicht wirklich die Tageszeit beeinflussen können, macht es natürlich auch wesentlich uninteressanter, denn so wäre es umso besser, wenn wir zum Beispiel hingehen könnten, könnten einen Nachtmodus einstellen und hätten dann im Anschluss die Möglichkeit, wirklich mit dem Tarnanzug fast unentdeckt durch die Häuserschluchten zu schwingen. So an sich finde ich das Nightmonkey-Kostüm zwar ganz interessant und das Ganze bietet natürlich auch einen gewissen Fanservice, aber auch hier können wir das Ganze erst mit Stufe 46 freischalten, was relativ spät ist und an sich finde ich den Anzug auch nicht so spektakulär wie andere, die wir noch hier in der Liste durchgehen werden. Einen von fünf zusätzlichen Anzügen, den man durch die Digital Deluxe Edition freischalten kann, beziehungsweise erhalten kann, das ist der Orantia-Anzug. Der packt es hier auf Platz Nummer 34, relativ weit hinten, denn ich muss sagen, das Design hat mir persönlich jetzt nicht so gut gefallen. Es soll eine Weiterentwicklung vom Hybrid-Anzug aus Spider-Man No Way Home sein, beziehungsweise dem Ganzen irgendwie so angelehnt sein, mit einer gewissen Käfer-Optik. Man sieht das vor allem natürlich auch im Maskenbereich und gerade um diese Mundpartie wirkt das für mich doch eher irgendwie wie so eine Bane-Maske aus Batman. Und das hat mir persönlich jetzt nicht so gut gefallen, ist natürlich Geschmackssache, aber hier gibt es natürlich auch keine Anzug-Varianten, bedeutet man kann hier nicht noch irgendwie das Farbmuster ändern. Und von daher, ich fand den Anzug jetzt nicht wirklich so cool, wirklich so gelungen und deshalb kommt er hier auch wirklich nur auf einen der hinteren Plätze. Und damit kommen wir auch zur Andrew Garfield Spider-Man-Reihe und wir listen jetzt hier auf Platz Nummer 33 den Amazing Spider-Man 2-Suit, beziehungsweise den Unglaublich 2-Anzug, so steht er in der deutschen Liste im Game drin. Den kann man mit Stufe Nummer 9 freischalten. Ja und was soll ich sagen, außer dass der Anzug natürlich klasse aussieht, man hier wirklich sehr viel natürlich auch sich anhand der Comic-Vorlage orientiert hat und es ist wirklich mit einer der Anzüge, die wirklich auch viel Spaß machen. Damit kann man gut natürlich auch durch die Häuser schwingen, generell mit allen Anzügen kann man das. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich finde zum Beispiel auf dem nächsten Platz den unglaublichen, also den Amazing Spider-Man-Anzug aus dem ersten Teil mit Andrew Garfield noch ein bisschen interessanter. Der gefällt mir einfach optisch besser, gerade um diese Augenpartie und auch natürlich um die komplette Maske herum, wie das so ausgebildet ist. Das wirkt für mich irgendwie stimmiger, auch gerade mit diesen etwas dunkleren Augen und deshalb landet er hier einen Platz vor dem Amazing 2-Spider-Man-Anzug auf Platz Nummer 32. Auf Platz Nummer 31 finden wir dann den Black-and-Gold-Suit, sprich den Schwarz-und-Gold-Anzug und bei dem finde ich die Background-Story mega interessant, denn so war es ja in Spider-Man No Way Home so, dass Peter mit Farbe überschüttet wurde und er deshalb den Anzug auf links gedreht hat und dadurch war er dann nach außen schwarz mit goldenen Akzenten. Richtig coole Hintergrundgeschichte. Ich muss allerdings an der Stelle sagen, dass ich zum Beispiel andere Anzüge wie hier den Anti-Ock-Anzug einfach nochmal ein Stück weit interessanter finde. Den haben wir ja aus dem ersten Spider-Man-Teil kennengelernt und da finde ich einfach, andere Anzüge haben es jedoch eher verdient im Vergleich zum Schwarz-und-Gold-Anzug nochmal weiter oben gerankt zu werden, ist natürlich nur meine persönliche Meinung, aber ich muss sagen, gerade auch dadurch, dass man diesen Anzug hier erst mit Level 60 freischalten kann, ist es halt einfach auch so, dass wahrscheinlich die wenigsten diesen Anzug noch wirklich erhalten haben oder aber die wenigsten werden damit wirklich viel Zeit im Spiel verbringen, da das doch wirklich sehr weit gegen Ende vom Spiel dann erst zu erhalten ist. Okay, Platz 30 wird jetzt unter Umständen für den ein oder anderen Aufreger sorgen, aber an der Stelle ist für mich der verbesserte Anzug hier in den Top 30 erst zu finden. Warum? Einfach deshalb, weil wir natürlich auch den verbesserten Anzug 2.0 bekommen werden und ich muss sagen, dieser Advanced Suit, den wir mit Marvel's Spider-Man 2018 von Insomniac Games bekommen haben, der ist schon richtig klasse, der sieht auch gut aus und vor allem, dass wir hier die Möglichkeit haben, auch noch vier unterschiedliche Varianten auszuwählen, das macht es spannend, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt einfach inzwischen interessantere, bessere, spektakulärere Anzüge und deshalb ist der verbesserte Anzug hier nur auf Platz 30 zu finden. Auf dem nächsten Platz finden wir dann den neues Blauanzug bzw. den New Blue Suit und der ist doch richtig cool, also ich finde die Optik auch recht interessant, auch wenn Spidey hier eher aussieht, als ob er von der Blue Man Crew kommt, aber der Hintergrund ist ganz interessant, denn so hat nämlich Spidey diesen Anzug von den Fantastic Four bekommen, zumindest innerhalb der Comicvorlage und innerhalb von diesen Comics, da ist es dann auch so, dass sich die Fantastic Four mit Wolverine zusammenschließen und wir dürfen hier nicht vergessen, im Spiel ist es natürlich so, wir haben jetzt keinen direkten Hinweis zu Wolverine gefunden, aber es gibt zumindest ein Gebäude in der Nähe vom Central Park, dort oben auf dem Dach, da kann man sehen, dass hier das Fantastic Four Symbol aufs Häuserdach oben drauf gestrichen wurde und das ist doch auch ein ganz klarer Hinweis. Der Anzug hier, dieser neue Blauanzug, der ist mit Stufe 35 dann freizuschalten und es ist auf jeden Fall ganz interessant, auch durch diese insgesamt vier Varianten, die wir im Anzug haben, dass wir natürlich hier auch mal ein paar Muster ausprobieren und dadurch, dass er einfach so komplett clean auch wirkt, ist es nochmal ein bisschen Abwechslung zu dem Rest, was wir sonst im Spiel an Anzügen antreffen können. Den nächsten Platz belegt dann der taktische Anzug mit Rang Nummer 28 und da muss ich sagen, das war für mich doch mit einer von den Anzügen rund um die Digital Deluxe Edition, der doch am unspektakulärsten war. Ich finde es zwar ganz nice von den Farbmustern und vor allem auch diese Helmpartie, die erinnert sehr an, ja, japanische Superhelden oder, ja, irgendwelche Comicfiguren, aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich das nicht wirklich gecatcht und ich bin doch eher selten mit diesem Anzug um die Häuserschluchten gezogen. Außerdem ist es natürlich auch hier ein Punkt, dass nicht jeder diese Anzüge bekommen kann und deshalb habe ich das Ganze relativ weit hinten gerankt. Ähnlich läuft es dann auch mit Platz Nummer 27 ab und dort finden wir nämlich den 25. Jahrhundert Anzug, auch der stammt aus der Digital Deluxe Edition, aber hier muss ich sagen, hat mir zumindest der Helm nochmal ein Stück weit besser gefallen, vor allem auch diese schweren Boots, die fand ich ganz cool, aber dadurch, dass wir jetzt hier zum Beispiel viel Lichtpartie auch um den Oberkörper von Spidey haben, ist es natürlich interessanter oder wäre es interessanter gewesen, wenn wir das Ganze auch bei Nacht erleben können und das ist wirklich nur vorbehalten, wenn wir uns innerhalb der Story bewegen. Wenn wir nämlich dann später den Anzug einfach so benutzen, dann sind vor allem diese Lichtelemente quasi egal, weil wir uns nur noch an Tag durch New York schwingen. Ich gehe an der Stelle aber ganz stark davon aus, dass wir früher oder später genauso wie das New Game Plus natürlich auch die Möglichkeit erhalten werden, dann wirklich hier nochmal in den Nachtmodus zu wechseln, so wie das ja bereits auch schon im ersten Teil von Peter Parker in Marvel's Spider-Man Teil 1 und in Marvel's Spider-Man Miles Morales der Fall war. Also ich denke einfach, wir müssen da eine Zeit warten, dann wird das gepatcht und dann sind natürlich solche Anzüge auch nochmal interessanter als jetzt aktuell schon. Doch etwas interessanter fand ich persönlich dann den Spider-Punk-Anzug, der es hier auf Platz Nummer 26 geschafft hat in meinem persönlichen Ranking. Denn da muss ich sagen, fand ich zum Beispiel diese Nieten oben über die Maske ganz cool. Allein auch so diese Weste, die Spidey dann trägt, die war richtig nice gemacht. Allein mich hätte doch besonders vielleicht noch irgendwie so ein spezieller Finisher-Move irgendwie überzeugt, wenn wir dann vielleicht die Gitarre auspacken und dann wirklich unseren Gegenüber einfach ein paar mit einer Gitarre dann über den Schädel ziehen. Das wäre richtig nice gewesen. Das wäre auch natürlich wie ein kleines Easter Egg vielleicht nochmal. Aber so muss ich sagen, an sich der Look ist cool und auch diese vier Farbvarianten, die wir innerhalb von diesem Anzug bekommen können, die sehen doch alle sehr stimmig und sehr interessant aus. Doch ich finde den richtigen Punk-Style, den bringt dann die apankalyptische Anzug-Variante mit sich, die wir durch die Digital Deluxe Edition bekommen können. Die schafft es dann hier auch auf Platz Nummer 25. Denn ich muss sagen, allein schon durch diese schweren Boots oder generell auch durch diesen Irokesen, den wir oben haben, das sieht schon richtig geil aus und alleine diese ganzen Details auf dem Anzug oder rund um diesen Look finde ich persönlich doch richtig cool, auch wenn wir hier nur eine Farbvariante haben. Also wir können jetzt hier nicht nochmal großartig switchen, aber an sich muss ich sagen, ist dieser Look doch nochmal mehr Punk, als wir es beim Spider-Punk-Outfit gesehen haben. Als nächstes finden wir in unserem Ranking den Netzanzug bzw. den Web-Suit und das ist natürlich auch wie bei vielen anderen Anzügen hier im Game eine ordentliche Portion Fanservice, denn so kommt er hier direkt aus der Sam Raimi-Spiderman-Triologie und das ist doch etwas, worauf sich viele Fans natürlich auch gefreut haben, denn im ersten Teil war es so, da gab es diesen Anzug nicht direkt von Anfang an, sondern der kam erst mit einem Update rund um Weihnachten 2018 ins Spiel. Umso schöner ist es natürlich, dass wir direkt am Anfang im Game die Möglichkeit erhalten, mit Stufe 32 diesen Anzug auch freizuschalten. Auf Platz Nummer 23 finden wir dann den klassischen schwarzen Anzug und dieser basiert sozusagen auf dem traditionellen Design rund um die Secret Wars Comic-Reihe der 80er Jahre und ich muss sagen, gerade auch diese vier Farbvarianten, die wir dadurch bekommen, die sind doch mega interessant. Man sieht natürlich auch hier, dass ein bisschen weniger Muskelpartie zu erkennen ist am Körper, also es ist weniger abgezeichnet, aber an sich finde ich, ist es wirklich ein tolles Design und ich bin auch froh, dass man hier nochmal so eine Klassik-Variante wirklich mit reingebracht hat. Gerade auch diese vierte Variante mit dem leicht roten und blauen Akzent in der Silhouette vom Anzug, der macht doch echt viel Spaß, ist ein besonderes Exemplar, finde ich. Das Einzige, was mich jetzt dazu gebracht hat, dass es relativ weit hinten im Ranking landet, ist der Punkt, dass man das Ganze erst mit Stufe 50 freischaltet. Hätte man den Zugang schon früher, dann würden mehrere Spiele natürlich auch in den Genuss kommen, mit diesem tollen Anzug oder mit diesen tollen Designs dann einfach durchs Spiel zu ziehen. Auf Platz 22 haben wir dann den Steinaffenanzug, der auch wieder zur Digital Deluxe Edition zählt, den man also nur durch ein gewisses Upgrade natürlich im Spiel bekommen kann, aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Anzug, der war für mich persönlich so interessant und ich fand ihn auch optisch so ansprechend, dass er es einfach geschafft hat, hier doch ganz klar irgendwo auch im Mittelfeld zu landen. Ich finde vor allem diese Schulterpartie, beziehungsweise diese hervorstehende Schulterplatten, das sieht echt richtig cool aus, beziehungsweise ist ja wie so eine Halskrause, die bis auf die Schultern hinausgeht. Echt ein super interessantes Design, das macht auf jeden Fall auch sehr viel Spaß. Ich habe den Anzug sehr häufig benutzt, weil ich ihn einfach für mich persönlich so ansprechend fand. Also klar ist es natürlich auch hier wieder Geschmackssache, aber ich muss sagen, eine direkte Comicvorlage gibt es jetzt an der Stelle nicht. Das ist eher so aus, glaube ich, einem Community-Beitrag heraus entstanden, aber das ist einfach wirklich ein sehr ansprechendes Teil und ich finde auch, wenn es hier nur eine Variante gibt, lohnt es sich auf jeden Fall, dieses Teil doch das ein oder andere Mal zu tragen, sofern man natürlich auch die Digital-Deluxe-Edition sich geholt hat. Auf Platz Nummer 21 kommt dann der Scarlet-Spider-Anzug und ich weiß, das Ganze ist bei den Fans ein bisschen umstritten, denn dieses Spider-Man-Klonsager, das ist nicht unbedingt die beliebteste Comic-Reihe aus den 90ern, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Spider-Scarlet-Anzug, den wir hier im Spiel bekommen und vor allem auch diese vier Varianten, der sieht schon ganz besonders aus. Ich finde auch gerade diese Hoodie, den Spider-Man da trägt mit den abgeschnittenen Ärmeln und diesem schräg aufgedruckten Spider-Man-Logo, das sieht richtig cool aus. Auch diese, ja, fetten Patronengürtel, die er teilweise dann um die Armgelenke trägt, das sieht schon cool aus und ich muss sagen, gerade diese vier Varianten, die bringen doch nochmal ein bisschen Abwechslung ins Spiel und ich hätte diesen Anzug ganz ehrlich vermisst, wenn er nicht dabei gewesen wäre und so finde ich es umso besser, dass wir wirklich auch den Scarlet Spider-Anzug bereits mit Stufe 14 freischalten können. Und damit hat es der Scarlet-3-Anzug auch dann direkt in die Top 20 geschafft. Ich bin ganz froh, dass man sich entschieden hat, den Scarlet-2-Anzug aus dem Vorgängerspiel hier nicht mit reinzubringen, denn ich finde gerade hier die dritte Variante vom Scarlet-Anzug, die mit dem Hoodie, beziehungsweise ja oben einfach nochmal mit der Kapuze, das sieht einfach viel, viel krasser aus, bringt nochmal einen ganz besonderen, tollen Look hier rein. Das Ganze kann man auch bereits rund um die Main-Quest Nummer 3 freischalten, was natürlich relativ früh im Spiel ist, aber ich muss auch dazu sagen, dass der Arachnite-Anzug mit dem zusätzlichen Cape, den man dann ab Level Nummer 20 erhalten kann, dass der doch nochmal viel, viel interessanter aussieht und auch viel mehr Spaß macht, wenn man dann einfach mit dem Cape durch die Häuserschluchten fliegt. Das ist einfach nochmal eine Schippe obendrauf, deshalb hier an der Stelle der Scarlet-3-Anzug auch in Anführungsstrichen nur auf Platz 20. Und wo wir schon bei Capes sind, so hat es der Into the Spider-Verse-Noir-Suit auf den Platz Nummer 19 geschafft. Ich muss sagen, das ist wirklich mit einer der interessanteren Anzüge, die man im Spiel so freischalten kann. Das Ganze ist möglich ab der Stufe Nummer 22 und gerade auch diese reduzierte FPS-Zahl, ja, die macht natürlich nochmal was ganz Besonderes her. Auch wenn wir natürlich hier nur einen Look haben und nicht nochmal unterschiedliche Varianten, das würde einfach auch keinen Sinn ergeben, muss ich sagen, dass dieser lange Mantel, dieses lange Cape, doch irgendwie einen ganz besonderen, ja, Look, ein ganz besonderes Feeling auch beim Umherfliegen durch die Häuserschluchten mit sich bringt. Auch dieser lange, nach oben stehende Kragen sieht einfach ganz besonders aus und hat man so sonst bei keinem anderen Anzug. Auf Platz Nummer 18 hat es der Geschichte eines Lebensanzugs geschafft und da muss ich sagen, der hat mir auch besonders gut gefallen, vor allem in dieser vierten Farbvariante mit dem komplett orangenen Style. Denn ist es nun mal so, dass die Vorlage hier rund um die Comic-Reihe Life Story, also Spider-Man Life Story geschehen ist und da ist es so, dass man wirklich auch, ja, einzelne Dekaden durchlebt in dieser sechsteiligen Reihe und gerade am Ende ist es dann bei der Comic-Reihe so, dass man dann diesen sogenannten Space Suit oder Geschichte eines Lebensanzugs dann auch bekommt. Im Spiel ist das Ganze freizuschalten, indem man alle Emily May Foundation-Experimente in den einzelnen Stadtdistrikten absolviert und wenn man das gemacht hat, dann erhält man ein ganz besonderes Geschenk, aber das passiert alles relativ automatisch. Also von daher, dieser Anzug echt was Besonderes und ich bin froh, dass er es ins Spiel geschafft hat und deshalb verdient der Platz Nummer 18. Auf dem nächsten Platz finden wir dann den Kumo-Anzug und das ist doch etwas ganz Besonderes, denn so gibt es diesen Anzug nicht irgendwie aus einer Comic-Vorlage oder so, sondern das ist etwas, was rund um die New Yorker Comic Con 2023 exklusiv präsentiert wurde und die Künstlerin Peach Momoko, die hat das speziell fürs Game entworfen und hat gesagt, das ist so ein bisschen eine Verschmelzung der Spider-Man-Reihe und der japanischen Kultur. Also richtig cool, ein echt, ja, extravaganter Look natürlich auch, hier mit den vier Farbvarianten nochmal, aber ich muss sagen, ich bin echt ein Fan davon, auch mal gewisse Dinge ein bisschen anders zu interpretieren. Es bleibt natürlich auch immer Geschmackssache, aber ich bin eigentlich ganz froh, dass sowas auch hier einen Weg ins Spiel gefunden hat. Und damit kommen wir auf Platz Nummer 16 zu einem der Anzüge, der wahrscheinlich am meisten im Spiel einfach genutzt wurde, weil er natürlich auch ein Hauptpart vom Game ist. So haben wir jetzt hier den schwarzen Anzug und er unterscheidet sich ein bisschen vom klassischen schwarzen Anzug, denn so sieht man hier auf jeden Fall schon eher eine gewisse Muskelpartie, man sieht auch eher schon den Symbionten so ein bisschen durchscheinen, aber ich finde, der Symbiontenanzug selber, der ist auf jeden Fall nochmal eine Ecke krasse, deshalb ist er auch weiter vorne gerankt, aber auch hier, wie gesagt, der Black Suit, beziehungsweise ja dieser normale schwarze Anzug, der rund um die Hauptstory Nummer 15 freigeschaltet wird, der ist doch schon echt was Besonderes und der hätte es nicht verdient, weiter hinten im Ranking zu landen. Damit kommen wir zum Hybridanzug, der es auf Platz Nummer 15 geschafft hat und ich muss sagen, der sieht optisch schon echt lecker aus, gerade auch mit diesem Blau-, Rot- und Goldanteil über den Anzug hinaus, aber ich finde, er bringt auch ein paar Nachteile und so ist es ja eigentlich so, dass der Hybridanzug zumindest laut Filmvorlage von Spider-Man No Way Home die direkte Nachfolge vom Iron Spider Anzug sein soll, aber ich finde, gerade zum Beispiel die Spinnenarme, die beim Iron Spider Anzug noch Gold sind, die sind dann hier beim Hybridanzug nur noch dieses Grau-Silber. Deshalb hat es jetzt für mich einfach nicht so weit nach vorne geschafft im Ranking und gerade auch der Iron Spider Anzug, der sieht einfach nochmal eine ganze Ecke besser aus und wird dann auch gleich noch in der Liste erscheinen. Vor dem Hybridanzug auf Platz Nummer 14 landet dann der Überlegenanzug beziehungsweise der Superioranzug. Den kann man mit Stufe 15 freischalten und der ist an sich auch gerade mit den vier Varianten optisch ein sehr ansprechender Anzug, auch gerade diese Augenpartie um die Maske herum, das sieht schon echt cool aus mit diesen dunklen Bereichen, auch die Arme, das sieht aus wie so längere Stulpen, die Spider-Mender einfach anhat und auch generell so diese Farbvarianten, die es gibt, auch mit diesem Weiß-Grün, das sieht schon richtig cool aus. Um diesen Anzug herum, um den Superioranzug, gibt es allerdings die ein oder andere Kontroverse, zumindest innerhalb der Fanbase, denn so ist es so, dass innerhalb der Comicserie Superior Spider-Man dieser Anzug dadurch entsteht, dass Otto Octavius beziehungsweise das Bewusstsein von Otto in Peter eintaucht, während Otto am Sterben ist und Otto sozusagen dann die Kontrolle von Peter übernimmt und dann diesen neuen Anzug kreiert. Ich finde es trotzdem cool, dass dieser Look es ins Spiel geschafft hat, genauso wie auch der Spider-Man 2099 schwarzer Anzug. Dieser ist doch auch wieder ein bisschen kontrovers zu sehen, beziehungsweise es ist eigentlich kein Anzug von Peter an sich, denn es ist eigentlich ein Anzug von Miguel O'Hara aus der gleichnamigen Spider-Man 2099-Comic-Reihe. Ich finde es trotzdem cool, dass wir hier auch natürlich vier Varianten gleich bekommen, auch diese großen Armklingen, das ist etwas ganz Besonderes, das steht nochmal besonders hervor, wenn man natürlich auch im Kampf ist, aber an sich, das ist wirklich ein richtig, richtig cooler Anzug. Ich bin auch froh, dass man das aus dem ersten Spider-Man-Teil so dann wieder übernommen hat und habe mich auch sehr gefreut, diesen Anzug dann mit dem Level Nummer 11 freischalten zu können. Und damit kommen wir zum klassischen Anzug, der befindet sich auf Platz Nummer 12 und der hat es halt fast nur in die Top 10 geschafft, weil einfach ein paar andere Anzüge dabei sind, die nochmal einfach ein bisschen krasser aussehen, aber ich hätte es unfair gefunden, diesen Anzug irgendwo weit nach hinten zu ranken, denn man muss ganz ehrlich sagen, das ist doch der klassische Basisanzug, den wir so kennen, mit dem wir auch im ersten Spider-Man-Teil gegen Wilson Fisk noch gekämpft haben, also wirklich auch da konnten wir mit dem Ganzen natürlich auch schon spielen und ich finde es einfach nur cool, dass wir natürlich auch hier die Möglichkeit haben und es gibt natürlich auch so ein bisschen, ja, wieder ein Fanservice rund um die Comics oder die Zeichentrick-Reihen der 90er. Damit kommen wir zum Iron Spider-Anzug, den wir bereits aus Avengers Infinity War kennen. Der ist mit Stufe 34 freizuschalten und was hier ganz besonders ist, das sind die Spinnenarme, die wir in Aktion freischalten können als Special Move und dort sehen wir einfach, dass diese grau sind, aber an den Gelenken und an den Spitzen doch rot eingefärbt sind. Also einfach was ganz Besonderes und ich mag diesen Anzug, bin auch viel mit dem durch die Stadt gestriffen. Ich finde allerdings, es gibt ja nochmal einen anderen Iron Spider-Anzug, also es gibt irgendwie gleich zwei hier gelistet, aber umso besser, aber dieser fortgeschrittene Iron Spider-Anzug, der auch eher an Iron Man erinnert, der bringt dann goldene Arme und das ist einfach nochmal ein bisschen was oben drauf gesetzt, nochmal ein bisschen besser. Der erste Anzug, der es in die Top 10 geschafft hat, das ist der letzte Jagdanzug und ich muss sagen, der hat mir wirklich ganz besonders gefallen. Der ist sozusagen hier ins Spider-Man-Universe eingezogen, durch das Game jetzt. Den hat Insomniac Games eingeführt und der ist natürlich direkt eine Anlehnung an Craven. So kann man den freischalten, wenn man alle Jäger-Basen im Spiel ausgeschaltet hat, davon gibt es, meine ich, insgesamt vier Stück und wenn man die wirklich alle komplett platt gemacht hat, dann schaltet man diesen individuellen Look frei. Doch nicht nur diesen wirklich interessanten Anzug rund um Craven hat Insomniac Games eingeführt, sondern es gibt natürlich auch den verbesserten Anzug 2.0. Den gibt es auch gleich in vier verschiedenen Varianten, teilweise einen sehr gelben Anzug, der doch ein bisschen, ja, extravaganter wirkt. Aber ich muss sagen, an sich sind die Anzüge schon richtig toll und gerade in der Basis, muss ich sagen, ist es ein Anzug, der sehr viel Spaß gemacht hat. Er ist ja automatisch von Anfang an zu bespielen. Also wir starten ja mit diesem Anzug auch ins Spiel und ich muss sagen, Insomniac Games hat hier wirklich mit so ein paar Varianten oder mit so ein paar kleinen Veränderungen doch einen sehr coolen Anzug geschaffen, der sich sehr nah auch wieder am Original orientiert. Ab Stufe Nummer 17 kann man dann den Anti-Ock-Anzug aus Spider-Man Teil 1 von Insomniac Games freischalten. Und ich muss sagen, dieser gelb-golden-leuchtende-schwarze Anzug, der ist einfach was ganz, ganz Besonderes. Ich fand den in Teil 1 schon mega cool und jetzt hier auch gerade nochmal mit den vier Varianten, sodass wir Spidey nochmal komplett in weiß auch haben oder in so einem dunklen Rot oder dunklen Grün. Das sieht einfach richtig besonders aus und ich muss sagen, diese Looks, die machen doch am meisten Spaß. Also zumindest mir persönlich. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Lasst es mich gerne mal über die Kommentare wissen. Aber ich muss sagen, dieser Anzug auch relativ früh mit Stufe Nummer 17 freischaltbar ist auf jeden Fall was Besonderes und der darf auch wirklich nicht fehlen. Der musste ins Spiel und ich bin froh, dass wir den auch erhalten haben. Auf Platz Nummer 7 finden wir dann den Eric Knight Anzug und ab Stufe Nummer 20 kann man den bespielen und der wurde ja auch viel in Promo-Material in Trailern schon angeteasert durch Insomniac Games und ich muss sagen, in den vier unterschiedlichen Varianten ist es wirklich ein Anzug, der wahnsinnig viel Spaß macht, der ja mit einem zusätzlichen Cape kommt und der einfach einen ganz besonderen, ja in Anführungsstrichen Batman-Look wieder mit ins Game bringt. Mir hat das Ganze wirklich ultra viel Spaß gemacht. In Anlehnung an die 2018 erschienene Infinity Wars Comic-Reihe ist das Ganze zu sehen. Dort hatte ja Gamora diesen Suit beziehungsweise dieses Universe irgendwie eingeführt, diese Realität erschaffen und dadurch ist dann auch dieser Anzug jetzt hiermit ins Game gewandert. Also richtig cool gemacht. Ich bin froh, dass wir den haben und wie gesagt, einfach ein ganz besonderer Look, den wir jetzt hier im Game bespielen können. Den Lebensretter-Anzug hätte es fast in die Top 5 geschafft und das ist bei mir tatsächlich so ein bisschen ein Mix aus dem, wie man den Anzug erhält und wie er aussieht. Also vom Look her, muss ich erstmal sagen, erinnert es mich irgendwie an einen Wrestler. Ja, es sieht schon fast aus wie Ray Mysterio. Aber ansonsten finde ich gerade diese vier Looks, die bieten auch so ein bisschen relativ breit gefächerte Unterschiede. So haben wir erstmal einen lila Look, einen weißen, einen roten und einen grünen Look. Also viel Abwechslung, die wir da geboten bekommen, sofern wir die Varianten natürlich freischalten. Und freischalten von diesem Suit ist natürlich auch nochmal ein guter Punkt, denn den bekommt man, wenn man zusammen mit Rave diese komplette Sidequest-Reihe rund um die Flamme erledigt. Ist auf jeden Fall was richtig Cooles. Empfehle ich jedem, diese Sidequest-Reihe freizuschalten. Wahrscheinlich werden wir dazu dann auch irgendwann später nochmal vielleicht in einem weiteren Teil mehr erfahren. Ich hoffe es doch sehr und an der Stelle kann ich es nur jedem empfehlen, sich diesen Anzug zu gönnen und damit durch New York zu reisen. Der erste Anzug in meinen persönlichen Top 5 und über den ich mich wirklich am meisten mitgefreut habe, das ist der schwarze, eingesponnen Anzug. Wobei auf Englisch hört sich das Ganze irgendwie geiler an. Und zwar der Webbed Black Suit. Den kann man mit Stufe 31 freischalten und der ist natürlich direkt aus der Filmvorlage Spider-Man 3 von Sam Raimi zu sehen. Und das ist eins zu eins dieser Anzug, den natürlich auch Peter innerhalb vom Film so ein bisschen von seinem Verhalten her verändert. Also sprich durch den Symbionten. Und ich freue mich einfach absolut riesig darüber, dass wir hier diesen Anzug von Tobey Maguire sozusagen dann auch anziehen können. Und ich gehe davon aus, es haben sich auch viele andere Spiele über diesen Anzug sehr gefreut. Und auf Platz 4 finden wir dann den zweiten Iron Spider-Anzug beziehungsweise er heißt eigentlich Iron Spider Armor, also Rüstung. Und der ist ab Stufe 29 freizuschalten. Und ich muss sagen, was hier halt bei dem einfach richtig cool ist, man sieht teilweise natürlich aus wie Iron Man. Aber was halt auch noch richtig cool ist, dass diese Spinnenarme, die wir ausfahren können, dass die halt auch in Gold gehalten sind. Und das finde ich, gibt einfach einen ganz besonderen Look. Außerdem können wir natürlich hier in Bezug auf Look auch noch verschiedene Varianten freischalten. So haben wir die Möglichkeit, in Summe wieder vier verschiedene Looks auszuwählen. Und ich muss sagen, die sehen wirklich alle in Summe richtig cool aus. Und ich kann es nur jedem empfehlen, damit auch gegen ein paar Gegner anzutreten. Damit kommen wir zu meinen persönlichen Top 3. Und auf Platz Nummer 3 finden wir den Secret War Civil War Anzug. Und der ist in der Basisvariante schon richtig cool. Ich finde gerade so diese Tarnhose mit den großen Seitentaschen, den Knieschonern, aber auch die Boots, dieser untere Part von Spidey, das sieht richtig cool aus. Auch vom Oberteil her mit diesem Blau-Rot und vor allem diesen kurzen Ärmeln und den Handschuhen. Das sieht schon mal richtig fett aus. Und dann auch noch diese Brille. Also im Basislook auf jeden Fall ein absoluter Hingucker. Und natürlich auch in den Varianten richtig cool. Wobei die letzte Variante in diesem Pink-Look doch etwas gewöhnungsbedürftig ist. Aber ich muss sagen, an sich finde ich es richtig cool. Als Vorlage dient hier natürlich die 2015 erschienene Secret Wars Comic-Reihe. Und ich muss echt sagen, bei dem Anzug hat mir besonders gut gefallen, dass wir nicht den normalen Webwing haben, beziehungsweise diesen normalen Fluganzug, sondern dass wir hier wirklich kleine Flügel erhalten. Und das hat einfach ultra viel Spaß gemacht, mit diesem Anzug dann jedes Mal durch diese Windkanäle von New York fliegen zu können und das Ganze halt einfach mit einer etwas anderen Art und Weise dann angezeigt zu bekommen. Für mich persönlich absolut ein verdienter Platz Nummer 3. Auf Platz Nummer 2 finden wir dann den Anti-Venom-Anzug. Und da bin ich echt mega froh, dass generell diese komplette Thematik so den Weg ins Spiel gefunden hat. Denn anhand der Comic-Vorlage ließ es sich bereits erahnen, dass durch die Symbionten und auch durch Martin Lee, aka Mr. Negative, natürlich die Möglichkeit besteht, dass wir wirklich auch einen Auftritt von Anti-Venom erhalten. Ich meine, zumindest mal jetzt der Anzug hier, dieser Anti-Venom-Suit, der wurde eingeführt, finde ich richtig, richtig cool. Er wird ganz automatisch durch die Story freigeschaltet. Von daher muss man sich keine Gedanken machen. Man wird ihn sowieso erhalten. Und er bringt einfach einen ganz besonderen Look. Und es hat ultra viel Spaß gemacht, natürlich auch später im Late-Game beim Sammeln weitere Collectibles oder beim Besiegen von weiteren Gegnern einfach mit diesem Anzug gegen die Gegner anzutreten. Und damit kommen wir zu Platz 1 in unserem Ranking. Dem Gewinner und jeder, der aufgepasst hat und mitgezählt hat, dem wird es jetzt nicht großartig überraschen. Denn der Symbionten-Anzug, der ist übrig geblieben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich absolut verdient die Nummer 1. Nicht nur deshalb, weil wir natürlich eine gewisse Zeit mit diesem Anzug einfach auch verbringen konnten im Game. Nein, sondern gerade auch aus dem Punkt, weil dieser Anzug Peter ja auch irgendwie fast um den Verstand gebracht hätte. Also ich meine jetzt nicht nur von der Optik her ist das Ding absolut der Wahnsinn. Durch diese aderartigen Wüchse im Bereich von Nacken und Armen sieht das Teil einfach nochmal auch ultra bedrohlich aus. Sondern auch gerade dieser Story-Aspekt, dass wir vielleicht auch einfach mal so ein bisschen die Bad-Guy-Position übernehmen und einfach auch mal ein bisschen anders im Spiel vorgehen können. Das hat einfach das Ganze super interessant gemacht. Und deshalb muss ich sagen, ist das Ding für mich absolut verdient auf Platz Nummer 1. Und es hat super viel Spaß gemacht, auch im Nachhinein später noch in der Open World einfach mit diesem Teil durch die Häuser-Schluchten zu ziehen. Das waren alle Anzüge von Peter in Marvel's Spider-Man 2 gerankt. Und wenn du wissen möchtest, wie das Ranking rund um die Anzüge von Miles Morales aussehen, dann folgt doch einfach jedem Video. Also bis dahin, hau rein und mach's gut.